Hallo, ich bin der Fernando von Gipsdog und ich habe heute als Gast meinen guten Freund, der Basti. Hi Basti. Hallo Fernando, danke für die Einladung. Super. Mein Gott, sind wir blöd. So, also drehen wir es um. Hallo Fernando, grüß dich bei uns auf dem Kanal, sage ich schon, weil natürlich, du bist der neue Praktikant, das müssen wir ja auch noch vorstellen. Du bist der Siegpunkt-Praktikant. Ja. Du kriegst weniger als Mindestlohn und musst mir für solche Videos jetzt hier halten. Ja, es gibt nichts anderes. Ich bin in deinem Keller. Also das ist ein Teil von deinem Keller. Wir sitzen uns eigentlich gegenüber. Und heute haben wir ein cooles Announcement tatsächlich. Es läuft Richtung Weihnachtszeit und ich habe mir was Cooles ausgedacht und zwar mache ich auf Instagram, Link findet ihr unten in der Beschreibung, mache ich einen coolen Adventskalender. Wie findest du das? Super, fantastisch. Was ist das? Adventskalender kenne ich nicht. Also Adventskalender, das ist quasi wie bei dir in der Heimat, quasi man bricht jeden Tag eine Tür auf und dahinter gibt es eine Überraschung. Achso, ja, okay. Wochenende Urlaub. Genau. Also wie wird das Ganze funktionieren? Ihr folgt mir einfach auf Instagram und jeden Tag gibt es ein neues virtuelles Türchen. Das könnt ihr dort aufmachen und hinter diesem Türchen verbirgt sich ein wunderschönes Spiel als Überraschung, dass es jetzt zu gewinnen gibt. Wie das funktioniert, steht alles auf Instagram. Und da haben wir ein paar richtig coole Spiele an Land gezogen und wird richtig gut. Also richtig gute Games. Hast du irgendeinen Namen von den Verlagen, die mitgemacht haben, die du nennen möchtest? Ja, dann versuche ich die alle hinzukriegen, ohne schon zu viel zu spoilern. Also, ich habe die ja auswendig gelernt. Ist nicht so, dass ich jetzt hier auf eine Liste gucken würde. Also mit dabei ist da NSV. Wir haben HCM Kienzel, Hodari-Spiele, Amigo, Abacus-Spiele, Skellic Games, Korax Games, Moses, Game Factory, Schmidt-Spiele, Cosmos, Nautilus Games, Board Game Box, Frosted Games, Nice Game Publishing, Lookout-Spiele, Big Potato Games, Board Game Circus, Piatnik, Spin Master und Studio Marsberg. Boah. Das sind insgesamt 21 Verlage. An der Stelle auch nochmal ein Riesendank an alle, die da mitgemacht haben. Sensorzähl für den Support. Auch hier, die Verlage sind unten alle verlinkt. Wenn ihr da vielleicht jetzt einen Namen gehört habt, den ihr noch nie kanntet, schaut bei denen gern auch mal rein. Super. Wichtig ist auch, Link habt ihr auch unten. Ich habe Teilnahmebedingungen, muss man vielleicht auch mal kurz reingucken. Und es ist auch, Versand ist vielleicht auch ein ganz spannendes Ding. Der Versand ist erstmal nur in Deutschland, weil ich schicke das tatsächlich von mir weg. Dann ist der Datenschutz einfach. Ihr könnt aber auch außerhalb von Deutschlands mitmachen. Kein Problem. Müsst ihr mir halt einfach den Versand noch zusätzlich drauflegen, den es kostet. Ansonsten in Deutschland natürlich Versand kostenfrei. Und zweite Geschichte, auch ganz wichtig, wenn einer sagt, er will das unbedingt noch vor Weihnachten bekommen. Ich versuche natürlich, die Spiele alle in eine Kiste zu packen. Wenn einer mehr als ein Spiel an einem anderen Tag gewinnt. Das heißt, ich schicke nicht sofort los. Ich frage euch aber, wenn ihr sagt, hey, nee, ich will das Spiel unbedingt, dann schicke ich es natürlich sofort an euch los, damit ihr es noch vor Weihnachten habt. Kann aber nicht unbedingt Garantie drauf geben, weil jetzt kommt das Ober-Highlight-Hammer. Es sind auch ein paar Spiele im Adventskalender, die hängen immer noch in einem Schiff in China. Mancher hängt noch im Zoll. Also es sind wirklich druckfrische Spiele dabei, die ihr mit als Erster in Händen halten könnt. Und das kann jetzt noch keiner sagen, ob die wirklich dann an Weihnachten da sind. Verlosen werden wir sie. Und ja, Kidstock, du darfst nicht mitspielen. Ich darf nicht mitspielen. Ich bleibe im Keller. Ich kriege kein Geld. Sag mal, was gibt es für mich? Gar nicht. Du kriegst meine glorreiche Expertise quasi. Ja, stimmt. Ich glaube, ich verliere euch, aber trotzdem. Bevor wir viel Schrott erzählen, es geht ja hier um Weihnachten, eine schöne Zeit. Also Adventskalender startet, Kidstock jetzt öfters bei mir zu sehen. Da auch immer freut uns auch, wenn ihr uns mal schreibt, wie ihr das findet, wenn ihr Ideen habt. Kidstock hat auch ein paar eigene Formate. Ich war Fernando, wo du Sachen ausprobierst, kommen auch demnächst die ersten Videos. Von daher, gib diesen tollen Abo-Button, den kann man klicken. Da abonniert ihr jetzt nicht nur mich, sondern auch den Fernando. Und sollten wir uns weder hören noch sehen in den nächsten Wochen, dann auch schon jetzt eine geruhsame Weihnachtszeit. Passt da gut auf euch auf, feiert mit euren Liebsten, bringt ein paar schöne Brettspiele auf den Tisch und kommt gut ins neue Jahr. Feliz Navidad, felices fiestas. Ich habe dos cervezos verstanden. In diesem Sinne, dann sagen wir doch Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss.